Ja, hallo und frohe Weihnachten. Heute ist der 24. Dezember 2019, 8.51 Uhr. Vor ca. 5-10 Minuten hat der Kremeton-Sender in Schweden seine Maschinen gestartet und ich wollte das ja mal probieren mit dem neuen Levelmeter zu empfangen. Und was soll ich sagen? Entschuldigt, das schlechte Licht. Ich habe nur alles ausgeschalten, damit nichts stört. Ich bin auf 17,182 Kilohertz. Er empfängt einwandfrei. Gebe es eine kurze Pause. Ah, es geht weiter. Das funktioniert wunderbar. Er empfängt sehr gut. Ich habe die Mini-Wide, die Mega-Active, ja angeschlossen. Ich habe noch einen 100 Kilohertz Tiefpassfilter dran, damit auch nichts stört. Das funktioniert sehr gut. Und was soll ich jetzt sagen? Hier SAQ, 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 die Decoder funktionieren auch sehr gut. Hier mit Hemscope, wo ich das gerade dekodiere. Das Signal kommt sehr stark rein. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die eigentliche Sendung, ich habe hier noch einen Decoder laufen, vorsichtshalber. Der dekodiert übrigens auch sehr gut. Ich bin da jetzt diesmal auf Nummer sicher gegangen. Ihr seht, SAQ, SAQ, das ist das Rufzeichen. Ich habe vorher mehrere Rekorde ausprobiert, so mehrere Tage vorher sozusagen alles durchgetestet, damit das hier nicht schief gehen kann. Mit diesem Rekorder werde ich dann auch die eigentliche Sendung aufnehmen. Die fahren jetzt gerade den Sender richtig hoch. Das Signal kommt aber trotzdem sehr, sehr stark rein. Ist wirklich sehr, sehr gut. Ich würde sagen, er hier dekodiert sogar noch besser wie Hemscope. Aber es scheint schon sehr gut zu funktionieren. So, ich melde mich dann gleich wieder. Ich mache mal kurz die Kamera aus, wenn die eigentliche Sendung beginnt. Jetzt gleich. Ja, die Weihnachtssendung hat begonnen von Krimeton. Ist jetzt genau 9 Uhr lokale Zeit. Wie ihr seht, werden die ersten Morse-Signale gesendet. Das ist Krimeton, Radio, SAQ in a Transmission. Manchmal sind kleine Fehler dabei, aber grundsätzlich nicht schlecht. Wie ihr seht, werden die ersten Morse-Signale gesendet. 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 Das ist der Dekodierer Humpscope. Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Leider sind ein paar kleine Fehler drin, aber das Signal kommt verdammt gut rein. 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 Hier wird eine Webseite übertragen. www.alexander.n.se Kleinere Fehler sind dabei, aber es ist verdammt gut, finde ich. Mal gucken. Die Internetadresse sieht sauber dekodiert aus. Auch vorher hier, das Warm-up, etwas cool. Ja, Pause. Die Internetadresse sieht aus. Ich melde mich gleich wieder, wenn es weiter geht. Ja, das war der SAQ Krimeton Empfang. Mehr kommt da leider nicht. Es war ein schöner Zweizeiler, eine schöne Textbotschaft. Ein Weihnachtsgruß aus Schweden. Ich habe hier auf dem Handy den Livestream. Und so wie ich jetzt gerade gesehen habe, hat hier der mit den Schulterklappen hier, das ist wohl hier so der Käpt'n, kriegt jetzt gerade ein Geschenk überreicht. Der, so wie ich sehe, hat jetzt gerade der Sender abgeschalten wieder. War eine kurze Transmission. Aber, die Dekodierung hat auch eigentlich sehr gut funktioniert. Das Signal kam sehr stark rein. Also, nicht schlecht. Hier wird auch balladiert in Schweden im Livestream über YouTube. Na ja. Mensch, da werden Geschenke überreicht. Ja. Na ja, dann werde ich das mal abspeichern. Alle Links hier zu der Software und zu den Dekodern, zu den zwei, die ich da benutzt habe, werde ich euch die Links alle in die Videobeschreibung setzen. Und, ja, und probiert es einfach mal nachzumachen. Ist echt toll. Also, das Signal kam hier bei mir sehr stark rein. Die Dekodierung hat auch sehr gut funktioniert. Und, ja, ich bin grundsätzlich zufrieden. Vor allen Dingen auch mit meinem neu angeschafften SPM 30. Ging wirklich gut. Hier seht ihr, dass der Sender auch jetzt gerade am runterfahren ist. So ganz kleine Signale kommen noch an. Ja, der Maschinensender. Hier ist die Frequenz nochmal. Von den Einstellungen her hatte ich auf ganz fein die Bandbreite. Also auf, ich muss mal das Licht ein bisschen hinhalten, 24 Hertz. Ansonsten Rauscharm. Alles gut. Wie gesagt, der Tiefpassfilter hatte ich hier noch dran. Ja, es war eine schöne Weihnachtsübertragung. Hat alles geklappt. Ich weiß zwar nicht, ob noch mehr kommt, da es mein erstes Mal ist. Aber ich glaube nicht. Dann werde ich mir das jetzt mal alles abspeichern. Und, ja, dann wünsche ich euch noch frohe Weihnachten. Und wenn euch mein Video gefallen hat, einfach auf Abonnieren klicken und kein Video mehr verpassen. Da kommen bestimmt noch ein paar schöne andere Sachen. Okay, das war die Krimeton Übertragung, Weihnachtsübertragung 2019. Tschüss. Das heißt, dann bin ich. So кажется, das war zu Gott Dude. Wie gesagt. Untertitelung des ZDF, 2020